Assalamu alaikum muchachos! Peace! Und es ist ein Ge-Krawl und herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege! Locker unterwegs heute auf Haus und zwar im Challenge-Modus. Wir zocken nämlich die T-Bag Challenge zusammen über Bossa und Nugget. Hallihallo! Ha, cool da mein Tata! Jawoll, Challenge-Time! Ich werde wieder rasieren. Ich denke mal, heute werde ich locker die meisten Kills machen. Easy. Ja, das werden wir sehen. Du meinst nicht so wie bei der letzten Challenge, oder was? Haben wir alle vergessen, haben wir alle vergessen. Ich picke mir mal ganz schnell eben einfach den Capcan. Muchachos, wir spielen die T-Bag Challenge. Und das bedeutet, dass wir alle nach einem Kill zu dem Typen, der gekillt wurde, hinlaufen müssen. Und ihn dreimal T-Bag lassen, bevor wir wieder schießen dürfen. Was bedeutet, Marvin macht einen Kill, dann muss er uns das sagen. Und dann müssen wir alle zu dem Typen, der gekillt hat, hinspritzen. Ihn dreimal T-Bag und erst dann müssen wir ihn schießen. Bis dahin müssen wir unsere Waffen rutschen. Messer in den Salon. Ich werde es ja hören nach sehr lustigen Challenges an. Ja. Falls ihr auch irgendwelche Challenge-Vorschläge habt, haut sie in die Kommentare. Lasst uns sehr gerne weiter inspirieren. Wenn wir draußen einen Kill kriegen, müssen wir rausspritten. Die Typen draußen teabacken, bevor wir wieder schießen dürfen. Ich sag das mal eben unseren Teammitgliedern. Vielleicht machen die auch mit. Ja. Leute, wir spielen die T-Bag-Challenge. Wenn einer von uns jemanden töten, müssen wir diesen Mannen schießen und ihn drei Mal teabacken, bevor wir wieder schießen dürfen. Ihr seid frei zu uns. Wir müssen auch direkt hin, da gibt es kein paar Lava. Direkt hin da. Was? Um aufm Dach. On the roof. Was? On the roof. On the roof. On the roof. On the roof. Ich auch. On the roof. 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 Ach so, du wolltest aussperren. Ja. Okay, Bouchachos. Jetzt habt ihr einmal gesehen, wie wir das meinen mit der Challenge. Oh mein Gott. So muss das nicht laufen. Wir gucken jetzt hundertprozentig hierher. LoL. Hier ist echt? Wo? Wo? Markieren? Alle hinterher. Alle hinterher. Direkt hier hinter dem Weg. Ich komm nicht raus. Ich hab mal rein injured. Wo? Aber ich durfte ihn nicht injured eigentlich. Was? Ich bin in den Claymore reingesprungen. Nein. Eigentlich Nugget hat ihn gekillt und bin ich rausgesprintelt und hab dann noch jemanden gesehen und hab auf ihn geschossen und hab ihn geinjert. Eigentlich durfte ich das nicht. GG, Mouchachos. Der Boxershot. Er ist da. Kochdeko? Chefkochdeko mit Boxershorts auf dem Kopf. Ja, Mann. Nein, ich hab immer noch Deko. Ich hab immer noch das M249 von anderen Challenge. Nein, wo? Wo? Scheiße. Wo, wo? Wo Nugget? Okay. GG, ich bin tot. Hier rein. Warte. Nein. Eins, zwei, drei. Im Construction Room bin ich gekillt worden. Wo? Innen drin am Geländer liegt sie. Am Geländer? Ja. Da liegt sie. Der Boxershot. Oh. Wo? Hier. Wo? Wir müssen T-backen. Nein. Waffe wurden beim T-bug-Baggen interrupted, Alter. Nein. Aber zwei besser Kills. Leute. Was ist hier? Ich peek jetzt hier raus, Marvin und ich kille jemanden hinten am Spawn an der Baustelle. Ja, hier auf der Seite. Oh, das ist sogar noch gespawnt. Nein! Ich hab da einen injured. Ich hab beim Polizeiauto einen geingert. Nein, ich bin tot! Ich hab jemanden gekillt da draußen. Ok, jetzt musst du raus. Roter. Oh nein! Bei der Baustelle. Ganz weit in Norden. Ganz weit in Norden. Wacken! Da gehts! Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die anderen haben auch eins, zwei, drei. Da sind zwei Tote. Eins, zwei, drei. Oh, okay. Die anderen. Oh, okay. Das sind zwei Tote. Das ist alles. Die Wiese da in der Ecke hocken. Das ist Spaß. Das ist jetzt so. Wollte ich schon sagen. Digga, drei Leute in einer Ecke. Wow. Well played. So, meine Freunde, ich werde jetzt Ash nehmen und reinrushen. Rush ich mit Finca hinterher. Man, ist ja Muchachos echt viel tot bei der Challenge. Man muss halt schon teilweise relativ YOLO rauslaufen. Aber trotzdem haben wir ein Matchball. 2 zu 1 zu uns. Yeah. Hinter dir. Hier unten. Ja. Und? Ah! 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 Mario, bist du schon tot? Ja. Ich bin beim Hochlaufen. Ah! T-Bank! Hier, T-Bank! Ah! 1, 2, 3, ah! Da! 1, 2, 3! Ich wurde gespottet! Okay, wieder runter in den Keller. Ah! 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 T-Bank, T-Bank! Ah! 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 Ah, nein! T-Bank, nein! Ich muss den T-Bank, bevor er schießt ihn darf. Ah! Oh! Nein! Nein! Nugget, was warst du? LOL! Ich habe das gewonnen! Wie? Geil! LOL! Wir haben gewonnen mit Chargeshows T-Bank Challenge und trotzdem gewonnen! Geil, Alter! Bum, 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 bum! Ich kenne den Weg. Follow Marvin, ich laufe vor. Okay, lauf mal vor. Mir nach, ich folge euch! Oh, ich höre jemanden. Hier, hier oben ist jemand. Ah! Kette mich! Kette mich! Komm her! Eins, zwei, drei! Ja! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Ah! Nein! Ich darf jetzt nicht da gehören! Gesehen? Hä? 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 Fick dich, Drohne, Alter! Digga, ich verkaufe dein Leben! Digga, ich komme mit der Waffe nicht klar! Mach keinen Scheiß, Bobby! Loll! Okay! Hingehen! Doch, ich habe mich beschissen! Ah! Nein! Nagel, warum hast du da einen umgebracht? Oh, hier ist einer! Hier liegt einer! Oh, fuck, fuck, fuck! Wie kommen wir da hin? Warte! Oh, ich habe flashed! Ich habe flashed! Ganz viele Flashes! Oh, oh! Warte! Eine! Eine! Nein! Digga! Eins! Zwei! Drei! Nein! Ich war dein dritten Mal! Der da, oder was? Der Digga, ja! Der ist ja... Lol, GG betont! Ich habe mich in der ersten Runde gewundert, warum Deko immer noch diese toten Leute messert. Aber bei mir auch. Ich komme irgendwie noch immer auf meine Messertaste, wenn ich die teabagge. Ich renne da hin und dann will ich immer teabaggen und während ich teabagge, will ich euch pingen, wo die sind. Und dann drücke ich nicht, ob sie an so einen V und Messer die. War aber okay. Ich habe das auch schon gesehen! Oh, hier ist einer! Pass auf! Den haben wir einen! Ich muss den ersten Kill haben. Zu dem Typen da an dem Fenster kann ich bestimmt irgendwo rauspeaken, oder? Ah, ich habe einen Kill! Oh, oh! Wo? Eins, zwei, drei! Oh, links! Ah! Hä? Eins, zwei... Oh, oh! Wo bist du? Oh, okay, ich habe ihn! Der Diffuser ist auch hier! Digga, wo kam der denn her, Alter? Wo ist der denn reingekommen? Ach so, hier! Jetzt weiß ich, was du meinst! Das ist ja so ein Bug, Alter! Oh! Oh! Oh, ich muss den T-backen! Ja, leider! Nein! Ich kann nichts machen! Ich muss ihn messern! Ich muss ihn messern! Hier durch! Ich muss den Monty noch T-backen! Ja, hier! Eins, zwei, drei! Wo ist von Jackal getrackt? Ja, ich weiß! Digga, dass man dadurch das Fenster durch kann, Alter! Das ist mit Schwachsinn! Rechts, rechts, Marvin, rechts! Rechts! Das andere, der rechts! Eins, zwei, drei! Oh! 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 Was, er hat mich eiskalt! Töt ihn, los! Ah ne, jetzt! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei, vier, keine Ahnung! Ah! Hab ich doch gesagt! Lass mich töten, lass mich töten! Elektrifiziert! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Ja, ist ne Frost? Lol. So ein scheiß Trottel, alter! Ah! Die weg! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Habe ich auch! Nein! Halt sie auf, halt sie auf! Nein! Hilfe! 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 Ich pushe, ich pushe, ich pushe! Wow! Stell dich dir vor, stell dich dir vor! Jetzt, jetzt! Eins, zwei, drei, ja! Hier ist einer! Hier sind zwei! Ah, es sind vier! Ist mein Schilder noch rausgefahren? Hä, wie! Ich war unabrunsendlich auf seinen Kopf, alter! Digga, ich hab doch keine FPS! Warum sterbt ihr einfach? Digga, was soll ich machen jetzt gegen ihn? Eins gegen drei, oder was? Digga! Ah! Ah! Ich habe mit 20 FPS Monty defrost gekillt! Digga, ich stehe neben ihr! Und sie bringt immer noch ihre scheiß Kamera an der Wand an und schenkt nicht, dass ich da bin, alter! Da hab ich einfach gesagt, ja, okay, fickt nicht, alter! Dann mach ich das jetzt! Das war unsere T-Back Challenge! Haut gerne in die Kommentare, ob ihr sie gefeiert habt! Und, äh, haut auch gerne in die Kommentare, falls ihr noch mehr Vorschläge habt für andere Challenges! Wenn es euch gefallen hat, gebt da gerne einen Daumen nach oben! Schaut in die Beschreibung, da ist auch der Link zu Nugget und zu unserem Twitch! Lasst gerne Folgen auf! Bis zum nächsten Mal rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao!